1944 Rehwal, Tallinn In der Wohnung herrschte vollkommene Stille. Schon an der Tür witterte Judith Helmuths Gegenwart, aber das Wohnzimmer war still, die Küche war still, die Luft unbeweglich, die Diener waren fortgeschickt. Judith wusste sofort, dass der Augenblick gekommen war. Der Fußboden im Korridor seufzte, als täte es ihm leid, die Vorhänge im Wohnzimmer hingen angespannt an ihrem Platz, ihre Falten waren versteinert und die Blätter des Gummibaums hatten einen Grauton. Judith legte ihren Silberfuchs auf den Trümeau. Er fiel zu Boden und ringelte sich zusammen. Sie zog den Mantel aus, er widersetzte sich, die Ärmel strebten zum Treppenhaus, die Überschuhe wollten sich nicht von den Füßen lösen und als sie endlich abgingen, flogen sie zur Wohnungstür, die Spitzen zum Treppenhaus gerichtet. Judith hätte noch hinausstürmen können, hinunter auf die Straße, aber vielleicht wartete dort schon das Auto. Vielleicht stand dort eine Reihe von Männern, die sie erwarteten. Vielleicht war das ganze Haus umstellt. Judiths Atem ging pfeifend. Das Pfeifen halte im Wohnzimmer, der Mund war ihr trocken, im Mundwinkel spürte sie einen Riss. Ihre Pöms polterten wie Möbel, die bereit waren zum Umzug. Noch könnte sie es versuchen und rennen. Noch wäre Zeit. Noch. Und dennoch trat sie auf die Schwelle zum Schlafzimmer. Sie hatte schon vermutet, dass Helmut in seinem Lehnstuhl sitzen würde, auf dem Tisch neben ihm eine Spitzendecke und auf der Spitzendecke die Parabellum. Er hatte den Mantel an, die Mütze aufs Bett geworfen, neben der Mütze lag Judiths Mauser. Die heiße Luft verbrannte Judith die Wangen. Helmuts Hautfarbe war hell, die Stirn trocken. Mit zitternden Fingern löste Judith ihren Hut, behielt die Hutnadel in der Hand. Es war so heiß, der Schweiß färbte ihr Unterkleid schon dunkel, gleich würde er als blauer Fleck auf ihrem Kleid erscheinen. Du kannst gehen, wenn du willst. Helmuts Stimme klang sachlich, vielleicht so, wie wenn er das Stabsgebäude betrat, so wie vielleicht täglich auf dem Tönnismäh, aber niemals, wenn er mit Judith sprach, nicht vor diesem Augenblick. Ich lasse dich gehen. Judith machte einen Schritt ins Zimmer. Niemand wird dir folgen. Judith machte einen zweiten Schritt. Du musst sofort gehen. Helmuts Hand lag auf der Spitzendecke. Die Parabellum glänzte neben der Hand. Gut gepflegt, bereit. Ich möchte nicht so gehen. Judith hörte ihre Stimme von fern. Genau in diesem Moment ist der ganze Ring schon festgenommen. Du wirst wohl klug genug sein, mich nicht mit Erklärungen zu verletzen. Judith machte noch einen Schritt. Sie streckte die Hand nach der Frisierkommode aus und tastete nach Zigarettenschachtel und Feuerzeug. Die Flamme loderte auf. Roland. Hatten sie auch Roland gefasst?